Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den heutigen Tag gestartet. Momentan traden wir über der 20.000 US-Dollar-Marke, also knapp darüber bei 20.200 US-Dollar. Unsere Preisziele aus dem gestrigen Video wurden erreicht. Glückwunsch, wer möglicherweise sogar zwei Trades mitgenommen hat. Freut mich auf jeden Fall für euch. Ansonsten, bevor wir jetzt durchstarten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.200 US-Dollar. Wir starten hier mit dem 1-Stunden-Chart, weil man es ein bisschen besser sieht. Und zwar, wir haben ja gestern darüber geredet, okay, die Bewegung sieht nicht wirklich stabil aus. Wir hatten einen hohen RSI, sieht man hier nochmal ganz gut, mit einer Bearish Divergence auf dem 1-Stunden-Chart. Weshalb ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir uns direkt in Richtung 20.800 US-Dollar bewegen. Beziehungsweise in dieses große Golden Pocket, wo wir von dieser Abwärtsbewegung hier gezogen haben. Deswegen war ich eher für Short. Habe ich auch dann gesagt, okay, Short Trade ist eine Möglichkeit, bis runter ins Golden Pocket. Stop Loss unter diesem 0.786er hat perfekt gehalten. Also wir sind zwar kurz drunter gewickt, was absolut in Ordnung ist unter das Golden Pocket. Und hatten danach eine schöne Aufwärtsbewegung über Nacht in unser übergeordnetes Golden Pocket. Wo ich dann gesagt habe, bei ungefähr 20.700 US-Dollar sind wir knapp gekommen. Wir haben es nicht geschafft, dieses Hoch hier rauszunehmen. Weshalb ich immer noch davon überzeugt bin, dass wir uns immer noch hier nach oben bewegen können. Heißt, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Luft vom RSI. Momentan 20.200 US-Dollar. Wäre wirklich das nächste Ziel hier, wirklich die 20.900 bis knapp 21.000 US-Dollar. Das ist so die Zone, die ich jetzt erst einmal im Blick behalte. Auch aufgrund dessen, der Trend lässt gerade momentan ein bisschen nach. Man sieht, das Volumen lässt ein bisschen nach. Wir haben einen Abtrend. Wir bräuchten jetzt ein höheres Hoch, was dann wirklich bei diesen 21.000 US-Dollar wirklich perfekt passen würde. Wir würden so ins 0786er Fibonacci Retracement laufen. Und von hier aus könnten wir dann eine neue Korrekturwelle nach unten hin starten. Und dann wahrscheinlich nochmal in dem Bereich von 19.000 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon darüber geredet, dass wir im Endeffekt zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir gehen direkt hoch ins Golden Pocket oder in Richtung 21.000 US-Dollar. Kriegen dann die saftige Korrektur oder wir kriegen die weniger saftige Korrektur in das Golden Pocket bei 19.400 US-Dollar. Und versuchen dann diesen Wig hier zu holen. Danach sieht es momentan eher aus. Meiner Meinung nach, wie gesagt, 1 Stunden E-Mail Ribbons haben wir auf jeden Fall noch Luft. Wir gucken gerade mal in die 4 Stunden E-Mail Ribbons. Auch hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir auch noch etwas Luft zum Atmen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier dieses kleine Fibonacci Retracement Level raus. Wie gesagt 0786er, das ist so dieser Turnaround Point, den ich auf jeden Fall im Auge behalte. Auch für eine neue mögliche Short-Position, die man hier oben eröffnen kann. Mit aber dann einem größeren Stop-Loss oder was heißt größer, mindestens von 21.600 US-Dollar aufgrund dieser kleinen Supply-Zone und diesen Wigs, die hier drüber liegen. Das heißt, die können wir auch noch holen. Wichtiger wäre mir aber, dass wir uns diesen Wig bei 20.900 US-Dollar holen bzw. in diese Zone kommen. Größere Korrektur starten in dem Bereich von 19.200 US-Dollar. In Anführungszeichen größere Korrektur. Während ungefähr 10% ist jetzt nicht die Welt. Und wir bewegen uns ja sowieso die ganze Zeit in so einer Seitwärtsrange zwischen, ich sage jetzt mal, 18.000 und 21.000 US-Dollar. Was ich aber dann vermute, dass wir wirklich das aller, allerletzte Mal hier, also nicht das aller, allerletzte Mal, sondern vorübergehend erstmal hier einen möglichen Boden dann gefunden haben, dass wir uns wirklich diese 23.000 US-Dollar krachen. Einerseits, hier oben liegt jetzt mittlerweile der 4-Stunden-200er SMA, was eigentlich ein guter Indikator ist, auch um mögliche Short-Positionen aufzubauen. Wir haben hier oben diesen Monats-Pivot plus das Fibonacci, was haben wir denn hier, 1-2-7-2 und 1-4-1-4. Also genauso in dieser Zone, hier kommt eine Menge Confluence in dieser Zone zusammen. Weshalb das dann wirklich mein bullisches Chart-Ziel erst einmal wäre, die 23.000 US-Dollar. Wir würden gleichzeitig ein minimal höheres Hoch bilden. Trotzdem wäre das für mich ein möglicher größerer Short-Entry, weil ich weiterhin diese Zone hier unten im Auge behalte, zwischen 17.000 und 18.000 US-Dollar. Das ist weiterhin so die Zone, wo wir am meisten Support haben, wo ich mir am meisten vorstellen könnte, dass wir dann hier endgültig diesen Turnaround kriegen. Aber gut, wir müssen uns erstmal abwarten. Wir haben ja auch noch ein hässliches W-Pattern, wo es mich wundert, dass noch nicht viele darüber gesprochen haben. Aber gut, ich bin davon noch nicht wirklich überzeugt, dass wir uns das wirklich hier ausbilden. Denn sobald wir hier wirklich nochmal in den Bereich der 19.000 US-Dollar gehen, ist es sowieso erstmal invalide. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt. Vergesst es einfach, wir suchen nach richtigen Entries und dann schauen wir weiter. Also wie gesagt, wir bräuchten auch ein bisschen mehr Handelsvolumen, wäre auch noch ganz wichtig. Aber gut, schauen wir mal momentan kurzfristig Bullish bis 21k, um es zusammenzufassen. Rücksetzer, 19k, Möglichkeit, übergeordnet 23.100 US-Dollar. Das sind die Ziele, die wir auf jeden Fall in den nächsten, ich sage jetzt mal Stunden, Tagen auf jeden Fall im Auge belassen sollten. Und dazu noch, kleiner Reminder, morgen wirklich auch, morgen wirklich Livestream bei mir auf dem YouTube-Kanal endlich mal wieder. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Wochen ausfallen lassen. Aber gut, morgen auf jeden Fall Livestream. So, dann schauen wir uns Ethereum an. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir mal Back. So, machen wir mal lieber ein paar Striche hier. So, fällt mir besser. Ethereum, auch wenig Bewegung, momentan 1140 US-Dollar. Auch hier kurze Bewegung ins Golden Pocket. Wir haben es aber nicht mal geschafft, hier diesen kleinen Wig abzuholen. Auch hier sehe ich weiterhin eher die Chance, dass wir uns nochmal in diese Zone von 1200 bis 1230 US-Dollar bewegen, um dann auch hier ein mögliches Short-Szenario zu planen, von hier aus, bevor wir dann wirklich nochmal eine Welle, so wie bei Bitcoin im Endeffekt, auf 1050 US-Dollar runter machen und dann hoffen, dass wir hier genug Volumen kriegen, um das übergeordnete Ziel von 1300 US-Dollar zu erreichen. Auch hier momentan schöne Confluence, 200er SMA plus der Pivot auf dem gleichen Level plus auch das 1272 Fibonacci Retracement Level, was hier in der Nähe ist, plus eine schöne Supply-Zone. Also hier kommt eine Menge, Menge Widerstand hier oben rein, weshalb ich mir ja sehr gut vorstellen kann, dass wir uns hier wirklich dann short positionieren, irgendwo in dieser Area oder auf dem Weg nach oben dann langsam einen Entry suchen und dann vielleicht eine größere Gegenbewegung nochmal nach unten hin mitnehmen. Aber momentan sieht wirklich alles eher so seitwärts aus. Ihr seht es bei Ethereum, wir haben eine riesige, riesige Seitwärts-Range. Problematisch, die gleiche, ich sage jetzt einfach mal Scheiße, ich darf ja so ehrlich sein, die gleiche Scheiße hatten wir im Endeffekt auch hier oben im Mai, also Mitte bis Ende Mai oder sogar Anfang Juni auch riesige Seitwärtsphase, bevor wir dann nochmal einen deutlichen Schub nach unten bekommen sind. Deswegen sind auch weiterhin die Zonen hier unten aktiv, zwischen 700 und 800 US-Dollar und die Zone von 400 bis 500 US-Dollar. Das sind weiterhin mögliche Punkte, wir müssen das im Auge behalten, solange wir hier unsere Support-Zone, sage ich mal, nicht nach unten hindurch brechen, nachhaltig, müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Aber trotzdem behalten wir es mal ein bisschen im Hinterkopf, 700, 800 US-Dollar würde ich weiterhin nicht ausschließen, würde passen. Wir hatten hier unten auch mehrere Touchpoints in dieser Zone und jetzt auch wieder so einen kleinen Abtrend plus eine schöne Demand-Zone, die wir hier drüben natürlich auch hatten. Ja, so viel dazu, dann schauen wir uns mal A-Round an. A-Round hatten wir ewig nicht mehr, wurde es sich zwar nicht gewünscht, wie gesagt, wenn ihr Altcoin-Münsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, gerne jederzeit. Auch hier 4 Stunden, 200er SMA, hier kommt langsam Widerstand rein, nachdem wir hier einen schönen oder was heißt einen schönen kleinen Abtrend gebildet haben. Aber 200er SMA plus Monats-Pivot, gute, gute Short-Opportunity. Wer hier kurz vorm 200er SMA reingeht und ein Stop-Loss über den Pivot legt, könnte wirklich gutes Short-Szenario sein. Auch aufgrund dessen wenig Volumen, kleiner Abtrend nur, schwacher Abtrend plus hoher RSI. Also auch hier A-Round, mögliche Short-Positionen, die wir uns dann überlegen könnten, sobald Bitcoin hier wirklich Richtung 21k geht. Und von den Prozenten seht ihr schon, die Confluence ist relativ groß. Überall ziemlich die gleichen Pattern, in Anführungszeichen, oder die gleichen Abstände. Aber gut, schauen wir uns mal XRP an. XRP leider noch nicht hier unten reingekommen, deswegen auch hier das Primär-Szenario, dass wir hier auch unseren Bounce oder unseren kleinen Pump in Richtung die Region von knapp 35 US-Dollar-Cent gehen. Auch hier 200er SMA, Pivot kurz vorm Golden Pocket. Also ihr seht, diese Area hier oben könnte enormer, enormer Widerstand werden in dieser grünen Box. Da könnten wir uns dann Short positionieren. Wie gesagt, kann auf jeden Fall noch ein, zwei Tage dauern. Werden wir uns dann auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, so viel dazu. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwelche Alt-Conventsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Dann schauen wir uns das so nach und nach an. Ich habe immer noch kein Lossless hier drin, ne? Fällt mir gerade auf. Warum habe ich hier immer noch kein Lossless? Und noch ein kleines Update zu dem Low-Cap-Coin, wo wir ja drüber gesprochen haben vor einer Woche schon mal. Also auch hier Korrektur. Heftige Korrektur haben wir aber drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Nachdem wir hier einen 136% Pump mindestens gesehen haben, hatten wir unsere Korrektur. Auch hier nochmal zur Info. Ich habe mich hier nochmal minimal eingekauft. Wie gesagt, es sind Low-Caps. Wir halten hier den Trend. Gutes Zeichen erst einmal. RSI hat sich erholt. Mit Volumen erst einmal trotzdem ein Projekt, wo ich glaube, was auf jeden Fall durch die Decke gehen könnte. Gut. So viel dazu. Die News mal wieder aktualisieren. Ihr kennt es. Schauen wir uns doch mal an. Celsius, Kreditrückzahlung, Liquidationspreis sinkt deutlich. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei, was haben wir denn? 8000 US-Dollar oder so, wo sie jetzt liquidiert werden. Ist für mich ganz ehrlich auch so ein Zeichen, wo ich sagen würde, okay, wir haben unseren Boden noch nicht wirklich erreicht. Weil ich meine, Riesenfirme, die haben Connections, die wir nicht kennen. Warum sollten wir den Liquidationspreis noch tiefer setzen? Also nun mal so eine kleine Meinung von mir. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was meint ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, reicht für heute. Wir hören uns morgen dann wieder. Morgen Mittag dann. Jeden Donnerstag Mittag jetzt ab sofort. Zum neuen Update-Video. Donnerstagabend dann. Sehen wir uns zum Livestream. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao. Stay Crypto.